Anfang der 2000er gab es GNOME 2 und die Linux-Community sah, dass es gut war. 2011 ist dann GNOME abgegradet worden und die Version GNOME 3 ist freigegeben worden. Und die Linux-Community war empört. Denn das Aussehen und die Funktionalität der oberen Dock-Leiste und das Fehlen der unteren Leiste hat für viele GNOME-Enthusiasten wirklich für sehr viel Unmut gesorgt. Daher, während GNOME 3 sich dann weiterentwickelt hat, hat ein Team von Enthusiasten den Quellcode von GNOME 2 genommen, diesen geforkt und in ein neues Projekt umgelagert, um dies weiterzuentwickeln. Und daraus ist die Desktop-Umgebung MATE entstanden. MATE Desktop Environment. Wenn man jetzt hier noch vergleicht, sieht also fast gleich aus. Und ja, es heißt MATE und nicht etwa MATE wie der Kumpel auf Englisch. Denn MATE kommt von der südafrikanischen Tee-Pflanze. Ja, die heißt ja auch MATE, im Deutschen MATE-Pflanze und auf Englisch MATE. Und heute widmen wir uns mal einem Betriebssystem, welches den MATE Desktop als Standard-Desktop hat. Also, schnappt ihr einen Tee, los geht's! Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag. Es ist wieder Sonntagszeit für SonntagsOS. Ich bin so ein Typ im Internet und heute installieren wir uns ein Betriebssystem namens Triskel GNU Linux. Mit MATE Desktop als Standard-Desktop-Umgebung. Triskel Linux habe ich rein zufällig mal gefunden, ohne dass ich da irgendwas speziell gesucht habe. Und ich bin etwas überrascht, dass dieses Projekt bereits seit 2007 Bestand hat und bis heute auch wirklich sehr gut gepflegt wird. Zumal ich von Triskel bis heute nicht wirklich viel gehört habe. Triskel gibt es in vier kleineren Unterversionen, eigentlich fünf. Es gibt noch Triskel mit K, mit KDE-Desktop. Und ansonsten gibt es die Standard-Triskel mit Desktop-Mate und 50 vorinstallierten Sprachen. Dazu gibt es dann noch zusätzlich Triskel Mini mit LXDE als Desktop-Umgebung für etwas ältere und schwächere Hardware. Oder auch Triskel Sugar Toast. Das ist mit der Sugar Lern-Umgebung. Diese ist meines Erachtens nur auf Spanisch und Englisch verfügbar. Deswegen werden wir uns damit heute nicht befassen. Und dann gibt es noch eine Netzinstallation. Ja, was ist Triskel überhaupt? Triskel ist ein Projekt, das in einer Universität irgendwann angefangen hat. Und es ging dann darum, einfach ein Betriebssystem zu entwickeln, was ausschließlich freie, quelloffene Software verwendet. Ja, das sieht man auch hier. 100% freies Betriebssystem. Das heißt, pro-peritäre Software ist in dieser Distribution nicht verfügbar und wird auch quasi nicht angeboten. Das bedeutet natürlich nicht, dass man keine unfreie Software auch installieren kann. Wie zum Beispiel die NVIDIA-Treiber kann man, wenn man die benötigt, trotzdem installieren. Gut, ja, hier auf den FAQ-Seiten von Triskel.info kann man dann noch einige Sachen dazu lesen, was das Projekt ist, wie sich das finanziert. Aber ohne jetzt lange hin und her zu quatschen, gehen wir einfach auf Download. Dann werden uns hier die verschiedenen Download-Möglichkeiten angeboten. Hier unter anderem auch Triskel mit K geschrieben und da ist dann der KDE-Desktop drin, allerdings nur auf Englisch und Spanisch. Hier kann ich dann noch auswählen, welche Version 64 oder 32-Bit. Und dann kann ich mir hier den Spiegel-Server aussuchen oder das Ganze als Torrent herunterladen. Dann werfen wir einen Blick in unsere Maschine, in unsere virtuelle Maschine und ich sehe gerade, dass ich hier noch gar nichts vorbereitet habe. Dann machen wir das mal ganz fix. Einmal auswählen. Hat er nicht automatisch erkannt. Deswegen nehme ich hier generisch. Einmal weiter. So, ich würde sagen, 2 GB sollten auf jeden Fall ausreichen. Und ich gebe 3 CPUs. Auch das sollte ausreichen und 50 GB Festplatte. So, dann einmal Triskel. Konfiguration noch vorher bearbeiten. Und dann auf Weiter. Denn ich möchte einmal UEFI haben mit Q35 Chipsets und kein Legacy BIOS. So, was haben wir noch? Die CD-ROM müssen wir auch noch aktivieren. Und ich möchte eine SATA Festplatte und eine SATA CD-ROM. Gut, dann sind wir auch soweit durch und können die Installation beginnen. So. Ja, wie beim letzten Mal bei dem Fedora-Video, mache ich das auch hier, dass ich das Ganze jetzt wirklich direkt hier live jetzt auch ausprobiere. Und hier habe ich jetzt im Grub-Menü die Möglichkeit, Triskel auszuprobieren, ohne Installation, direkt Triskel zu installieren, im Text-Modus, also nur im Konsolen-Modus oder die Festplatte zu überprüfen. Wir gehen mal auf Try. Da kann man erstmal nicht viel verkehrt machen, immer das Oberste nehmen. Und hier haben wir schon ein wunderschönes Hintergrundbild mit den Wolken und dem Meer. Und dazu das Triskel-Logo, was tatsächlich eine Triskele ist, ein altes keltisches Symbol. So, die Auflösung ist natürlich in meiner virtuellen Maschine nicht gut. Deswegen werden wir das Ganze jetzt ganz fix noch lösen. So, einmal hier, Auflösung auf Full HD, anwenden und belassen. Okay. So, jetzt haben wir eine vernünftige Auflösung. Und man sieht im Prinzip schon, was der Mate-Desktop so ist. So, wir machen aber mal die Installation. Diese auf Deutsch. Einmal weiter. Deutsche Tastatur habe ich. Das ist auch okay. Aktualisierung soll er während der Installation auch gleich runterladen. Das spart eine Menge Zeit. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeit auszuwählen, wo und wie Triskel auf der Festplatte installiert werden soll. Und ich bin tatsächlich sehr, sehr überrascht. Denn die Verschlüsselung und LVM, was ja automatisch mit dabei ist, wenn man verschlüsselt, ist automatisch aktiviert. Und ja, das finde ich sehr, sehr interessant. Das finde ich wirklich extrem toll. Und ich finde, das sollte zum Standard gemacht werden. Aus Sicherheitsgründen sollte man immer die Festplatte verschlüsseln. Und hier gebe ich jetzt auch das Verschlüsselungspasswort ein für die Festplatte. Und einmal weiter. Jetzt wird noch einmal zusammengefasst, wie die Festplatten formatiert werden. Hier sehen wir LVM. Die Volumengruppe heißt Triskel-VG. Und es wird ein Logical Volume namens ROOT erstellt und als EXT4 formatiert. Und es wird noch eine zweite Volumengruppe, eine zweite Partition quasi erstellt. Und zwar mit dem Namen SWAP1 als SWAP. Wenn du mehr über Volumengruppen mal wissen möchtest und wie das Logical Volume Management funktioniert, dann schau mal hier oben auf dem I. Da habe ich verlinkt die Version Sonntags-OS mit Debian. Dort erkläre ich ganz genau, wie das Logical Volume Management funktioniert. So, weiter geht's. Ich befinde mich in Berlin und hier kommt jetzt der Name. So, der Name des Rechners. Ich nenne ihn einfach Triskel. Der existiert im Netzwerk schon. Also machen wir Bindestrich VM. Dann Benutzername Typ. Dann ein sehr kompliziertes und sicheres Passwort für den Benutzer Typ. Hier eintragen und zur Sicherheit wiederholen. Und dann einmal auf Weiter. Und er hat quasi schon angefangen, die Installation zu starten. Und das ist auch in Ordnung. Ja, der Installer selber, den kennt man wahrscheinlich von Linux Mint, aber auch von Ubuntu. Das ist der Ubiquity Installer. Wirklich ein sehr feiner Installer, eine sehr feine Installationsroutine. Gut, wir warten kurz ab, bis die Installation abgeschlossen ist. So, die Installation ist abgeschlossen. Und ich habe jetzt hier die Möglichkeit, die Umgebung weiter auszuprobieren oder den Rechner jetzt neu zu starten. Und das machen wir auch. So, da Triskel bereits erkannt hat, dass es die einzige Betriebsumgebung auf dieser Festplatte ist, wurde der Grub-Eintrag einfach übersprungen. Und wir befinden uns jetzt hier in so einem zerstörten Bild. Das liegt allerdings an der virtuellen Maschine. Auf einem richtigen Rechner wird jetzt hier eine Konsolenabfrage gemacht mit, geben Sie bitte das Passwort zur Entschlüsselung ein. Und das werde ich jetzt mal machen. Einfach das Verschlüsselungspasswort eingeben. Die Festplatte ist ja verschlüsselt. Und dann drücke ich einfach auf Enter. Und jetzt sollte die Hochfahrroutine, die Bootroutine weiterlaufen. Und hier sind wir auch schon im Login-Bildschirm. Und diesen Login-Bildschirm kann der ein oder andere durchaus schon kennen. Das ist nämlich derselbe wie bei Ubuntu. So, dann einmal eingeloggt. Und schon sind wir drin. Auch hier werde ich als allererstes die Bildschirmauflösung ändern. Und wir sehen auch schon alles. Das gesamte Menü ist bereits auf Deutsch. So, Geräte, Bildschirm, Auflösung anwenden, beibehalten. Ich kann das Ganze auch systemweit anwenden, falls ich mich dann mit einem anderen Nutzer anmelde. Dann bleibt die Auflösung erhalten. So, hier hat sich unten schon die Aktualisierungsverwaltung geöffnet. Das gesamte Betriebssystem Triscale basiert ja auf Ubuntu. Das heißt, da ist ein Ubuntu-Unterbau drunter. Und deswegen gibt es auch hier wie bei Ubuntu die Aktualisierungsverwaltung. Wir werden die Aktualisierungsüberprüfung mal jetzt überspringen, ausnahmsweise, und schauen mal an, was Triscale so zu bieten hat. Zuallererst, was mir hier aufgefallen ist, ist die untere Leiste, die Startleiste. Und die ist wirklich sehr schön und transparent. Und das gibt diesen tollen, modernen Look. Ich kann hier mit Rechtsklick Eigenschaften, kann ich dann noch ein paar kleine Konfigurationen durchführen. Zum Beispiel kann ich die Leiste auch oben ausrichten, links oder rechts. Links wäre dann so ähnlich, wie es bei Ubuntu ist. Oben haben auch durchaus einige gern, die dann zum Beispiel hier unten ein Dock hinhaben möchten. So, wir setzen die Leiste wieder zurück auf den Standard. Wenn man sich da ein bisschen verspielt hat, kann man das Ganze automatisch wieder zurücksetzen. Und ich sage, ich möchte hier auch wieder die 50% oder 40% transparent haben. Das ist wirklich schön. So, dann gucken wir mal, was hier so alles vorinstalliert ist. Es gibt hier einen A-Browser oder A-Browser, wie die Entwickler das auch nennen. Und zwar handelt es sich hierbei um einen Firefox-Browser, um einen Firefox-Fork, bei dem allerdings sämtliche properitären Anwendungen, die mit in den Firefox-Browser normalerweise reingebaut sind, im Prinzip rausgenommen wurden und quasi neu gebaut wurden. Somit ist der Browser ein kompletter, freier, quelloffener Browser ohne properitäre Anwendung. Das sehen wir auch in den Einstellungen. Wenn wir zum Beispiel auf die Themes und Erweiterung gehen, wenn ich hier auf mehr Add-ons anzeigen gehe, dann werde ich nicht zu Mozilla umgeleitet, sondern direkt zu triskel.info und dann habe ich hier im Prinzip meine Browser-Add-ons, die ebenfalls alle quelloffene Add-ons sind. Die kann ich dann hier einmal suchen, wie zum Beispiel ein Ad-Blocker kann ich hier suchen. Und dann kann ich hier dieses Add-on zum Beispiel ganz einfach hinzufügen, beim Klick auf Install Extension, Installation fortsetzen, hinzufügen und dann habe ich Add-Block Plus erfolgreich als Add-on installiert. Ansonsten, wenn ich mich hier anmelde bei Mozilla Firefox, kann ich weiterhin die Funktion Firefox Sync nutzen. Das ist besonders sinnvoll, wenn ich Passwörter direkt im Firefox gespeichert habe oder auch meine ganzen Lesezeichen im Firefox gespeichert habe, dann kann ich diese mit Firefox Sync ebenfalls synchronisieren. Ansonsten gibt es hier die gleichen Einstellungen und die gleichen Funktionen wie bei einem regulären Firefox auch. Wenn ich hier auf Symbolleiste anpassen gehe, dann kann ich hier oben den Rahmen, die Titelleiste einfach ausblenden und dann wirkt das Ganze noch kompakter. So habe ich es zum Beispiel immer sehr gerne. So habe ich hier den größtmöglichen Platz. Gut, das war der Browser. Als Dateimanager ist der sehr schlanke Dateimanager Chaya oder auch Kaya, wie man es dann möchte, quasi vorinstalliert. Das ist der Standard-Dateimanager für Mate, für den Mate-Desktop. Des Weiteren habe ich ein Bitcoin-Wallet drin. Yami ist, glaube ich, eine Open-Source-Skype-Alternative. Da kann ich dann quasi ein Konto erstellen und dann quasi skypen. Eisdorf E-Mail ist quasi ein Thunderbolt-Fork und ebenfalls ausgeschlankt und frei von properitärer Software. LibreOffice ist in seiner Version 6 bereits vorinstalliert. Wir haben auch noch keine Aktualisierung gerade durchgeführt. Deswegen kann es durchaus sein, dass das noch auf Version 7 gleich geupdatet wird. Wir werden die Updates gleich mal noch durchführen. Ansonsten GIMP ist ebenfalls vorinstalliert, allerdings in der Version 2.8. Des Weiteren ebenfalls vorinstalliert ist der Media Player VLC. Als Spiele gibt es so die gängigen Dattelspiele wie Solitaire, Minen, Schach und Sudoku, aber auch Mayong. Und in der Zubehörliste finden wir dann alle Anwendungen, Systemanwendungen und so weiter, die man noch so gebrauchen kann. Wie zum Beispiel das MATE Terminal, was hier sehr weiß dargestellt ist. Das kann man aber auch ändern. Oder auch Taschenrechner. Dann der Atrial Dokumentenbetrachter ist ebenfalls ein PDF-Viewer direkt für den MATE Desktop. Dann gibt es noch ein PDF-Shoveler. Hier kann ich PDF-Dateien entsprechend zusammenführen und teilen und drehen und zusammenschneiden. Also im Prinzip alles, was Adobe Acrobat Pro macht, kann der PDF-Shuffler schon lange. Dann gibt es hier die Möglichkeit mit Back-in-Time ein System-Backup durchführen. Beim ersten Start werde ich gefragt, ob ich das System wiederherstellen möchte aus einer alten Sicherung. Und da sage ich einfach Nein und komme dann hier zu meinem Einstellungsfenster. Hier kann ich dann festlegen, was, wann, wie und wohin gesichert werden soll. Wir schauen mal, was wir so machen können. Und zwar möchte ich mal zwei Dinge installieren. Mit sudo apt install. Und zwar einmal wie gewohnt Neo-Fetch und auch htop. Wir machen aber vorher mal noch ein Update. damit die Repository-Listen sowohl aktuell sind. Und dann installieren wir einfach htop und Neo-Fetch. Das dürfte nicht allzu lange dauern. Und damit ist das Ganze auch fertig. Und aktuell haben wir den Kernel 4.15 installiert. Punkt 0, das ist ein LTS-Kernel. Ein sehr stabiler Kernel, der auch sicherstellt, dass Triskel-Gnu-Linux auch auf alten Maschinen funktioniert. So, ich werde jetzt das Ganze hier updaten. Und mal die komplette Software mal aktualisieren. Und direkt im Anschluss das System neu starten. Und dann schauen wir mal, wie es so aussieht. So, das ging dann doch recht fix. Circa zwei Minuten. Und der Kernel wurde nicht geupdatet. Der bleibt auch in der Version 4.15. Und ansonsten können wir jetzt mal schnell schauen, ob sich bei LibreOffice zum Beispiel geändert hat. Ich denke mal, es bleibt auch hier bei der Version 6.07. Auch hier wurde nichts weiter geupdatet. Ich habe aber gesehen, dass zum Beispiel der Webbrowser geupdatet, also aktualisiert wurde. Hier auf Version 94. Also 450 MB ist jetzt nicht der sparsamste Verbrauch, weil es ja auch einige Dienste im Hintergrund laufen. Aber es ist sehr, sehr schlank, deutlich schlanker als so manche andere Ubuntu-basierende Betriebssysteme, die ja dann gerade mit Gnome und KDE dann doch oft weit über 1 GB sind. Besonders Gnome ist immer sehr, sehr ressourcenfressend. Ja, was gibt es dann abschließend noch zu Triscale zu sagen? Triscale hat mich sehr überrascht. Ich habe noch nie was davon gehört, obwohl es schon so lange in der Entwicklung ist und auch schon frei verfügbar ist. Anhand der Anwendungen von Triscale sieht man, dass das Ganze nicht die neueste Software und das brandneueste System ist, sondern immer versionsmäßig sehr weit zurückhängt und immer oder meistens die LTS-Versionen der Software verwendet. Und das zeichnet Triscale auch automatisch aus, nämlich es ist ein enorm stabiles Betriebssystem, welches auf nahezu alten, auch alten Rechnern installiert werden kann. Zusätzlich kommt hinzu, dass sich Triscale auf die Fahne geschrieben hat, wirklich ausschließlich freie, quelloffene Software zu verwenden und weitestgehend auf properitäre Software zu verzichten. Triscale solltest du unbedingt ausprobieren und vielleicht sogar mal als deinen Daily Driver benutzen, zum Beispiel für einen alten Rechner oder ein altes Notebook, was du noch im Schrank rumliegen hast. Erzähl mir ruhig mal deine Erfahrungen, die du mit Triscale oder auch mit dem Mate Desktop hast. Und ja, das war es auch schon. Dann wünsche ich euch weiterhin noch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Aber was weiß ich schon, ich bin ja nur so ein Typ im Internet. Das war es auch schon, ich bin ja nur so ein Typ im Internet.